so leute da sind wir im nächsten booster ja ich habe eigentlich gesagt ich habe keine special booster mehr aber hier das wurde mir jetzt zugeschustert danke dafür gucken wir uns dieses special hauptsache 22 promopack an davon haben wir jetzt mittlerweile schon einige aufgemacht gucken mal gucken was hier drin ist die meisten katten sind ja mittlerweile richtig gut bekannt wir haben eine ebene oh mein gott trophäe der meuchlerin das ist geil grün ist ein schwarzer spontan sauber zu sterne bleibende karte eurer wahl die ihr die ein gegner kontrolliert und ihr beherrscher darf der bibliothek nach einem stand durchsuchen und sie ein spiel bringen das ist eine saugeile karte dann haben wir entstellen für ein manner kriegt eine kreatur minus zwei bis zum ende des zuges mit diesem komischen artwork und grauenhafte präsenz vier man drei drei nacht mal okay und immer wenn ein sumpf und augustrolle ins spiel kommt könnt ihr entweder eine karte ziehen und ein leben verlieren oder zwei schadenspunkte zufügen und ihr könnt zwei leben kriegen ja ja das ist jetzt ein richtig kurzer quickie das ding hat jetzt keine minute gedauert kurz einmal die ebene zeigen das wurde mir jetzt mal neu zuteilen dass ich diesen ländern viel zu wenig respekt erachte weil ja ja so viel dazu ich freue mich auf jeden fall über den trophäe der meuchlerin es ist so eine gute karte und ich denke auch dass die noch preis ordentlich droppen nach oben gehen wird und ja ansonsten ich hoffe mal dass es das letzte war ich weiß ich habe jetzt noch eins von den voll pro packs davon aber danach hoffe ich dass es das gewesen ist ich glaube es wird ein bisschen eintönig wenn ich immer wieder jedes booster aufmachen vor allem weil sie immer sehr kurz sind ja ich hoffe ihr habt trotzdem spaß wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ich habe noch ein bisschen am lieblich seht ciao